Genau, dann wird auf alle Fälle gefeiert und gejubelt. Also dieses Unglaubliche, diese Stimmen mit 14,3 Prozent, dann hat man eigentlich gar nicht mehr gerechnet, sagt man hier. Aber natürlich ein tolles Ergebnis bei der Europawahl, wir können uns da erinnern, 14,1 Prozent und jetzt 14,3 Prozent. Gejubelt wurde aber auch, wie das Ergebnis eingeblendet worden ist von der FPÖ. Da ist man auf alle Fälle froh, dass die FPÖ verloren hat und hier natürlich will man feiern bis morgen in der Früh. Und jetzt wird auch gleich Werner Kogler kommen, er wird dann eine Rede halten hinter mir und danach geht es dann gleich zur Hofburg und dann kommt er selbstverständlich wieder zurück und dann wird, wie gesagt, nochmal gefeiert und angestoßen auf dieses Wahlergebnis.